Herzlich Willkommen hier auf meinem Kanal, heute zu zweiter Folge zu meinem ersten Mikrofob von Sterling Leo ab 8 Jahren. So, in der nächsten Folge haben wir erstmal diese linke Box zusammengebaut, was ein bisschen schwierig war, weil ich erstmal die Linsen da nicht erfunden habe. Aber wir machen jetzt mal weiter. Wir machen dieses Honey mal hier dran oder hier rein, so dass er da ist. Tun das erstmal wieder aufs Seite und tun hier mal diese komische Größen da hin. So, der Damm muss hier erstmal. So, das ist ein bisschen. Oh Gott, ich finde das Spiel fast einfach nur schwierig, oder echt ist schwierig. So, oh Gott, so, damit tun wir das da auch mal rein. So, rein tun, oh Gott, ne, super, so, und dann der andere Teil hier, oh, so verstehe ich das gerade, und wenn er so will, wie ich es auch möchte, dann sind wir alle nicht glücklich, aber nach innen will man wieder nicht, wie ich möchte. Der Blute hört es auf keinen Fall. Doch, Blute hört es. Hm, da war ich, ich hatte falsche Meinung. Damit kann man das hier immer höher oder runter tun. Auch sehr praktisch. Sorry, 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 sorry. Da ständig bricht bei mir die Aufnahme auf. Ja, vielleicht merkt ihr echt nicht, aber echt nervt mich bald. Und ich sage einfach, wir sind fertig, und ja, das ist unser guter Stück hier. So, verabschiede ich mich von meinem Kanal und sage dir schon vorher auch Wiedersehen vor meiner Aufnahme. Mal wieder abstürzt und euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.